Hallo und herzlich willkommen, ich bin mein Mr.Wenner1974 und es gibt mal wieder neue Amiibo News. Ja, das war ich ja fast dreimal am Tag schon fast gefühlt. Bevor ich aber dazu komme, ihr seht schon, da ist unter anderem hier auf der englischen Seite gibt es das Bild von Sonic Comic Legend. Noch mal zwei Sachen, vielleicht interessieren die euch. Ich weiß es nicht, aber ihr erzählt es euch trotzdem. Es gibt einmal was ganz Tolles. Ihr wisst ja, Sony hat das SingStar Franchise Reawakened. Ja, ich glaube der Hype ist noch nicht da und ich höre auch irgendwie nicht davon, dass es einen Hype gibt, aber irgendwie sind sie schon fleißig dabei, wieder irgendwie CDs zu produzieren. Und das gibt es jetzt. Es gibt also hier basierend eben auf Frozen oder mit der genialdeutschen Übersetzung und wie Elfkönigin, völlig unverfroren, ja, auf den Disney-Filmen, gibt es tatsächlich einen SingStar. Das Einzige, was ich euch noch nicht zeigen kann, ist, was da von der Tracklist ist, aber ihr seht schon, das kommt am 17. Dezember raus und ich sag mal so, hier PS3, PS4 ist ja noch wirklich kleines Geld. Ich weiß nicht, ob das irgendwie preislich hochgeht, also für die Leute, die das interessant ist, da ist ja so ein Idiot für mich. Ihr wisst ja, ich bin ja da gebranntmarkt, wie wir ja hier auch die ganze Sims Collection haben, am Ort das alles. Deswegen waren wir wahrscheinlich dazugreifen. Also noch habe ich es nicht bestellt, kann ich euch auch sagen. Aber ich habe bis jetzt nur eine Tracklist gefunden, eben natürlich mit dem Tier Let It Go, Dingenskirchen, was bis jetzt wahrscheinlich kein Schwein mehr hören kann und irgendwie eine Menge deutsche Songs. Ihr wisst, ich bin kein Fan von deutschen Songs und Disney-Filmen, bin ich nicht. Aber vielleicht machen sie ja diesmal die CD vielleicht mal ein bisschen voll, weil es ist ja kein Musical gewesen. Also deswegen, vielleicht kriegt man ja mal tatsächlich deutschen Englisch. Was irgendwie auf einer Seite stand, das ist irgendwie nicht in jedem Land verfügbar. Was auch immer da Disney vorhat oder Sony, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Das mal so als kleiner Rauschweiler. Vielleicht interessiert das jemand für euch. Kommen wir zum anderen Punkt. Das interessiert euch aber. Und zwar Legend of Zelda Majerus Mask 3D Special Edition 3DS. So, das ist die Version. Ich hoffe nicht, dass es der Preis ist für 99 Pfund, weil ich zeige euch mal, was in der Special Edition drin sein soll. Dann würde ich ganz klar sagen, nee, ohne mich. So, das wollte ich nicht zeigen, sondern ich will euch das zeigen. So, jetzt machen wir es mal tricky. Wir zoomen mal rein. Das können wir ja alles. Wir sind ja hier große Trickser. Da, seht ihr. Und ihr habt da so ein Pin, ihr habt Poster, ihr habt das Game, ihr habt ein Steelbook. Ja, hier die Maske. Ich weiß nicht, ob uns das 99 Pfund, also ihr könnt euch ja vorstellen, das ist ja dann bei uns wahrscheinlich, weil ich um dann 19 Euro oder so, ob das das wert ist. Ich hoffe mal, das ist noch ein Phantompreis, weil das Spiel werde ich mir natürlich zulegen. Das ist mal klar, aber sicherlich nicht mit der Menge und dem Material. Also das dürfte sicherlich eine Menge Leute interessieren. Ich hoffe mal, der Preis ist hier noch mehr als fiktiv. Ich meine, es gibt ja noch kein Datum. So gesehen ist das wahrscheinlich auch noch nicht gefährlich. Aber nun ja, damit ihr schon mal wisst, was in der Special Edition drin ist, ist jetzt vielleicht nicht so hochreich, sage ich mal. Aber wir Sammler sind ja irre. So, kommen wir zu den Amiibos. So, ich gehe mal gleich zu den Sachen, die interessanter sind, nämlich die, die wir noch nicht kennen. So, ihr seht, für Season 4 gibt es jetzt auch dementsprechend einen Termin, und zwar den 20. Februar, also hier in England. Ob das deckungsgleich ist, könnt ihr einfach mal gucken. Könnt ihr mal einfach vergleichen. Hier ist ein 19er, das könnte also tatsächlich in Europa deckungsgleich sein. Witzigerweise, auf der deutschen Seite gibt es da noch keine Bilder zu. Ich glaube, die kann man auch noch nicht bestellen. Also gut, aber das wird wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit sein. So, Sonic, seht ihr, ich habe schon mal bessere Sonic-Figuren gesehen, wenn ich jetzt mal kritisch bin. Ihr seht, das ist schon Nummer 26. So viel haben wir dann schon, wenn wir fleißig sammeln. Aber sonst, ich finde den gut. Ich finde den gut. Also das ist wieder eine Figur, wo man sagen kann, klar, diese Comic-Figuren, diese vollkommen überzeichneten, die kriegen die ja super hin. Dann gibt es ja gar nichts. Wie sieht er denn da als Figur aus? Ja genau, sieht man ihn auch besser. Also da kann man nur sagen, cool. Und das ist ganz, ganz nett gemacht. So, jetzt gucken wir mal, was hat man da noch nicht. Das hatten wir. Genau hier. Ihn hatten wir noch nicht. Genau, KingDD hatten wir noch nicht. Den hatten wir, den hatten wir, den hatten wir. Didi Kung. Ja, da fehlt noch die Verpackung, wie ihr gerade seht. Der kommt also auch am 20.02. Sieht eigentlich auch richtig cool aus. Das ist, finde ich schön. Ja, Ike haben wir schneller. DDD zum Beispiel, hier kommen wir mal den hier. Machen wir mal unseren Freund hier. Ja, seht, Figur Nummer 28 sind wir dann schon. Ah, es sieht richtig scheißen cool aus. Also, ich finde ihn nicht als Charakter jetzt nicht unbedingt das Spannendste vom Spannen, aber als Figur finde ich ihn geil. Er passt wunderbar. Also wahrscheinlich sind die Kirby-Figuren bald irgendwann die allergeilsten, glaube ich. So, Lil Mac. Haben wir bis dahin schon gehabt, glaube ich. So, Sign Up. Wann kam Marv raus? Sagt er mir wieder irgendeinen Unsinn? Megaman kommt aber am 20.02. So. Ja, bei Megaman gilt das gleiche wie bei Sonic. Ich habe schon mal bessere Megaman-Figuren gesehen, aber auch die Figur ist super gelöst und super gut. Und ihr seht, das ist Figur Nummer 27. Das heißt, ich werde also gucken, das werde ich dann gleich in die Beschreibung hauen, die, wo ich hier die fortlaufenden Nummern habe, die haue ich dann auch rein, weil das wird ja mit Sicherheit dann mal für Leute auch interessant. Aber das ist dann Megaman. Megaman sieht cool aus. So, Meta Knight kommt auch am 20.02. Ja, und sieht cool aus. Also, finde ich richtig gut. Also, da bin ich mal gespannt, wie das Metallic wirkt, ob der nicht ein bisschen zu klein wirkt hier als Figur. Aber sonst finde ich schon cool. So, Kenva. Pit kennen wir. Kenva. Sheik haben wir dann schon. Shulk kommt, glaube ich, auch am 20.02. Genau. Das ist Figur 25. Ja, und hier ist das Gleiche, was bei Link das Problem ist, was bei Peach das Problem ist, was bei einem menschlichen Typen, es sieht gut gemacht aus, aber es sieht so ein bisschen aus, wenn ich böse bin, zum Beispiel, er sieht jetzt wirklich so aus wie eine billige China-Kopie irgendeiner Final Fantasy-Figur. Ihr wisst, im Vergleich, wie ich den jetzt hier ziehe, so sieht das einfach aus. Und ja, es könnte cooler sein. Aber ich bin immer noch froh, dass das Shulk dabei ist. Der hat es verdient. So, Sonic haben wir, Tool Link haben wir. Haben wir alle, ne? Hier nochmal. Grüße an den Galvatrons hier. Seldie kommt bald. Mach dir da keine Sorgen. Extra nur für dich. Bin mal gespannt. Also, auf Palotina und sowas, da bin ich mal gespannt. Da gibt es ja noch ganz andere Möglichkeiten, was es da gibt. Ich bin sowieso mal gespannt. Wäre aber auch lustig mal, wenn sie die anderen Smash Bros-Figuren... Ich bräuchte hier natürlich noch den guten Snake. Natürlich mit Box. Naja, egal. Aber das sind die neuen Sachen zu den neuen Amiibos. Ich haue das in den Text. Dann könnte auch wirklich nachgucken, wann ist welche Figur, welche Nummer hat die das? Ich glaube immer noch nicht, dass sie limitiert sind. Egal, was da irgendwelche Gerüchte erzählen. Die erzählen ja viel, wenn der Tag lang ist. Aber trotzdem, ich werde es numertechnisch aufführen, sodass man sagen kann, okay, Nummer 28 war dies, Nummer 17 war dies. Vielleicht gibt es ja dann doch irgendwann eine zweite, dritte, vierte, fünfte Edition. Wollen wir mal gucken. Der großartige Alpha, der jetzt irgendwie trotz Urlaub dafür keine Zeit hatte, schreibt das einfach mal in seinen Kanal. Hat er irgendwie erwähnt, dass, glaube ich, die Macher von Smash Bros sich geäußert haben, dass sowieso das jetzt das letzte Smash Bros ist und danach sowieso Ende. Ja, vielleicht als der Entwickler, aber dann machen das irgendwie andere Studios. Also, ich glaube nicht, dass dieses Franchise platt gemacht wird. Das glaube ich nicht. Das bringt, glaube ich, doch Nintendo eine Menge Geld in die Kassen. Und man sieht es an Pokémon. Die Kuh muss gemolken werden. Nun ja. Ja, das war jetzt sozusagen hier ein weiteres News-Video. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das war. Ihr könnt ja mal einfach in die Kommentare schreiben, wie lang das ist. Ich könnte auch selber auf den Tag gucken beim Video, aber pfff, das ist doch euer Job. Ansonsten, wenn es wieder etwas Neues gibt, mache ich wieder ein Video. Ich bleibe da jetzt immer dran und die nächsten Unboxings kommen ja. Dann kommt dann Season 2 ja schon. Und hier bei Sonic und Mega Man sind wir schon bei Season 4. Also, wenn einer übrigens eine Info hat, ob es schon was zu Season 5 gibt, ab in die Kommentare. Also irgendeiner, apropos Klugscheißer, irgendeiner hat ja schon wieder erzählt, dass er irgendwie Sonic und Mega Man schon hat. Ja, die gibt es auch von anderen Herstellern als Figuren, du Schlaumeier. Nicht nur hier. Aber wahrscheinlich kannst du Sonic auch tanzen. Nun ja. Egal. Hören wir auf. Das ist Nintendo Amiibo Update 5 Millionen. Ich bin euer MrWenom1974. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten und guckt hier weiter. Ihr müsst ja nicht irgendwo bei irgendeinem Adventsrelender gucken, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.